Hallo und willkommen zum Professor Seuchenmord. Wir sind hier beim unaussprechlichen Erfolg und zwar müssen wir hier diesen Boss auf 10 oder 25 je nachdem wie ihr das machen möchtet besiegen ohne hier den Tisch anzuklicken und zwar deshalb nicht anklicken, da wir uns ansonsten in das Ad verwandeln würden, das wir früher bei dieser Bossmechanik gebraucht hätten. Ansonsten gibt sie nichts zu beachten, im Prinzip einfach Damage raushauen, den Boss so schnell es geht umdrücken bevor er euch sie sehen kann, da das eben auch Teil der Bossmechanik ist und ansonsten gibt es eben wie gesagt gar nichts zu beachten. Ich habe den Erfolg leider schon, deshalb sieht er nicht mehr aufploppen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch mit dieser Variante definitiv verdienen werdet ihr jetzt am Ende nochmal, das ist das Ad, das ihr nicht besorgen sollt oder auch nicht anklicken dürft. Und ansonsten, ja, danke für das Ansehen und noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und ciao, ciao.